Neulich nahe am Windraum. Kein Scheiß. Habt ihr Bock auf die neue Amigos-Scheine? Na? Langweilig? Na denn pass mal auf! The Meshman und Earmotion. Äh, Beermotion. Präsentieren Stolz. Zölgern! Meshprance. Die Ultischmandive 80's-Clo-Lection. Magical, Magican. Sex, Super-Smash-Hits, die kein Schwein braucht. Medieval, Mad-Medicine. Inklusive der neuen Shit-Singer, Zölgern. Am 7. Mai 2021 in deinen Internetplattenladen. Spotify, Visa, Soundcloud, Spytunes und vielen mehr. Meshprance. Und wir sind der neuen Shit-Singer. Meshprance. 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 Zölgern! Untertitelung des ZDF, 2020